Lumen heißt Licht, ist Latein. Ja, die Helligkeit. Lumens Lichtmessung, weiß ich nicht genau, Helligkeit. Lumen ist ein Maßstab für Lichtstärke. Der Begriff Lumen ist der klassische Begriff der Lichtstärke, also das heißt, wie hell ist eine Lampe tatsächlich. Früher hat man eben relativ simpel die 60 Watt Glühlampe durch eine 60 Watt Glühlampe ersetzen können. Heutzutage ist es eben nicht mehr so einfach, da muss ich eben schauen, dass ich die entsprechende Lumenzahl ersetze, die auch meine Lampe vorher hat, um das gleiche Licht zu haben. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de. Musik 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 Musik